Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Workout-Video von mir. Heute trainieren wir zusammen den Rücken. Wir brauchen wirklich nur eine Matte und ich möchte dich bitten, alle Übungen wirklich kontrolliert und vorsichtig auszuführen. Nicht mit Schwung, sondern mit Kraft. Und falls du dich mit einer Übung nicht wohlfühlst, überspringen sie einfach und steig wieder ein, wenn du soweit bist. Ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.